Wir haben Neuigkeiten! Aufgepackt! Steht ein Pferd auf dem Flur! Wenn das hier großer Einrichtungstraum sein sollte, dann haben sie jetzt ihren großen Tag erwischt. Pssst! Pssst! Hey, du! Ihr Lieben, wir sind zurück mit einer neuen Folge unserer Webshow und haben auch gleich supergute Neuigkeiten für euch. Daniel Boschmann ist wieder da und moderiert das erste Mal wieder mit Marlene Lufen nächste Woche. Aber wir haben uns gedacht, Daniel war eine Weile nicht da, ist er überhaupt noch fit. Deswegen haben wir ihn zu einer Challenge herausgefordert und jeder von uns hat ihm eine Aufgabe gestellt. Viele von euch erinnern sich vielleicht noch ans Paprika-Gate, wo es Daniel und dem Aufnahmeleiter nicht gelungen ist, die Paprika zu werfen, respektive zu fangen. Du hast dich auch nicht gefangen. Ich versuchte dir die gerade immer generell die ganze Zeit zuzuwerfen, aber du fängst ja einfach. Ich entschuldige mich, dass ich die unsichtbare Paprika nicht fangen konnte. Offensichtlich haben Daniel und ich das gleiche Problem. Aber wir wollten wissen, Daniel, kannst du es inzwischen? War nicht die Aufgabe, die Paprika rumzufahren. Das machen wir gleich nochmal. Das wiederum ist schon wieder ein bisschen besser. Na gut, das lassen wir durchgehen. Ich bin Paprika-optimistisch. Schon wieder hätte ich auch. Darf ich da mal sein? Zeichnung. Kommen wir zur nächsten Aufgabe. Und zwar werden im Frühstücksfernsehen ja immer wieder Gewinnspiele anmoderiert und das muss Boschi auch mal ein bisschen üben. Deswegen haben wir ihm zur Aufgabe gestellt, ein Gewinnspiel anzumoderieren, bei dem er eine wunderbare Startschule gewinnen konnte. Hallo liebe Zuschauer. Sieht Ihr Wohnzimmer aus wie eine Altstadt und Sie wollen endlich mal dekomäßig richtig auf die Pauke hauen, dann ist das hier Ihre große Chance. 1,65 groß, absolute Traummaße, 200 Kilogramm schwer, Außenuhren, Kupfer. Rufen Sie an 01379 44 44 01 und sagen Pauke oder schicken Pauke an dreimal die 4, dreimal die 1. Ganz wichtig, nur selbst Abholer. So, Home Shopping King. 2,3, cool. Wenn Sie diese hervorragende Tobi gewinnen wollen, dann rufen Sie jetzt an unter 0165. Wir freuen uns auf jeden Fall, dass Daniel Boschmann zusammen mit Marlene Lufen nächste Woche im Frühstücksfernsehen moderiert wird. Genau, und er sieht auch aus, als wäre er fit, eine Paprika zu fallen. Der sieht mal jetzt. Du hast eine Kokosnuss gefallen. Kokosnuss, ich habe eine Kokosnuss geklaut. Ich schreibe ja immer auf der Unsichtmalentastatur. Jetzt habe ich eigentlich... Verstehe das, ja. Wir sind an diesen hervorragenden Doppelschreibtisch umgezogen. Es geht nämlich bei uns jetzt um den 5-Stunden-Tag. Ein Chef einer Bielefelder IT-Agentur hat nämlich vor 2 Jahren ein Experiment gestartet. Er hat gesagt, pass auf, geht es nicht eigentlich auch, dass wir die Arbeit ein bisschen mehr raffen, ein bisschen effizienter gestalten und einfach von 8 Uhr morgens bis 13 Uhr nachmittags arbeiten und dann nach Hause gehen können. Also nur 5 Stunden. Das ist doch ganz spannend. Das hört ihr erstmal dazu an. Das ist natürlich die Frage, wie funktioniert das genau? Und zwar müssen diese 5 Stunden komplett effizient genutzt werden. Zum Beispiel werden Meetings von 1 Stunde auf 1 Viertelstunde gekürzt. Genau, das heißt dann auch, dass man nicht erst noch mit Smalltalk anfängt, sondern wirklich 15 Minuten, zack. Raucherpausen und Kaffeeklatsch sind nicht gern gesehen. Stattdessen haben sie aber Team-Events, weil auch der Chef der Agentur sagt, es ist natürlich wichtig, dass das Team zusammenwächst. Aber stellt sich jetzt natürlich die Frage, funktioniert das denn überhaupt? Kann diese Firma mit anderen Firmen denn überhaupt mithalten? Die Antwort lautet tatsächlich ja. Der Chef der Agentur sagt tatsächlich, schaffen sie es auch genauso viel zu arbeiten, wie andere Agenturen, die 12 Stunden am Schreibtisch sitzen und das zu liefern, was die Kunden von ihnen erwarten. Was ursprünglich als Experiment gedacht war, wurde jetzt tatsächlich weitergeführt und das Unternehmen ist bis heute noch nur 5 Stunden am Tag tätig. Wir haben mal euch gefragt, wie ihr denn dazu steht. Denkt ihr, man kann 5 Stunden am Tag nur arbeiten oder glaubt ihr, man braucht volle 8 Stunden? Und das habt ihr gesagt. Es ist ziemlich eindeutig, die meisten von euch denken, ein 5-Stunden-Tag würde funktionieren. Also regt es doch auf Arbeit einfach mal an. Kommen wir nun zu einem ganz anderen Thema und zwar Erziehungsmethoden. Konkreter gesagt geht es uns um den sogenannten Klaps auf den Po. In Frankreich wurde der nämlich erst vor kurzem wirklich offiziell auch verboten. Dreiviertel der Franzosen glauben, dass so ein kleiner Klaps auf dem Po eine komplett legitime Erziehungsmethode ist. Allerdings ist es auch so, dass das in Frankreich zwar verboten wurde, allerdings immer noch nicht bestraft, wenn dann den Eltern tatsächlich doch nochmal die Hand ausrutscht. In Deutschland ist es tatsächlich so, dass seit dem Jahr 2000 diese Art der Erziehungsmethode komplett verboten ist. Das heißt, du machst dich strafft. Das ist eigentlich krass, oder? Das ist krass. Ich meine, meine Eltern haben mich ehrlich gesagt nicht ein einziges Mal gehauen. Mich auch nicht. Und Freunde von mir, bei denen kannte ich das auch, dass das ab und zu mal so vorkam. Also es ist ein schwieriges Thema. Wir fragen uns natürlich auch, was ihr darüber denkt, was eure Meinung dazu ist. Also schreibt uns die gerne. I love it when you call me Senorita. I wish I could pretend I didn't need ya. Du bist jetzt Britney Spears geworden, ja? I love it when you call me Senorita. Britney Spears war aber nicht dabei. Ihr fragt euch, warum haben sie sich jetzt eigentlich umgezogen? Warum singen sie jetzt eigentlich? Nein, wir feiern nicht Silvester im August. Wir reden über die MTV Music Awards. Und da war ja wieder mal einiges los. Abräumer des Abends Taylor Swift und Billie Eilish. Miley Cyrus hat ja nach der Trennung von Liam jetzt zum ersten Mal diesen Trennungssong gesungen. Natürlich auch die Frage, muss das sein? Aber es gab ja auch noch ganz glückliche Paare, zum Beispiel Camila Cabello und... Shawn Mendes. Shawn Mendes, genau. Eigentlich hätten wir den Preis auch kriegen können. I love it when you call me Senorita. Despacito. So, ja. Du bist ja für beste Kooperationen gekommen und sind ja mega verliebt, haben vor kurzem erst noch den super süßen Paar-Post hier. I love you, du bist der beste Mensch der Welt auf Instagram. Genau. Wenn ich so ganz auf der Bühne war, war aber Heidi Klum, denn die saß 103 und entfernt von der Bühne und hat irgendwie in ihren Insta-Stories versucht, die ganze Zeit ranzuzoomen auf die Stars, um irgendwas zu erkennen. Und wir dachten uns, hä, kann Heidi Klum nicht irgendwie weiter vorne sitzen? Zumindest konnten wir dann in den Storys erkennen, was für heiße Outfits Missy Elliot so anhatte. Unter anderem einen Müllsack. Kann man machen. Ja. Muss man nicht. Aber schick halt. So ähnlich siehst ja du auch aus. Was? Nur ohne Müllsack. Was? Du meinst Trash? Okay. Und apropos komische Outfits, richtig viel Ärger auf Social Media gab es ja für zwei Mädels, die mit echten Schlangen aufgetreten sind. Ganz à la Britney Spears, die es ja schon vorgemacht hat, vor ein paar Jahren. Wir haben hier natürlich nur eine Attrappe, weil wir sind gegen Tierquälerei. Unter diesem Instagram-Post sieht man, die meisten User haben das überhaupt nicht gefeiert und haben eher darunter geschrieben, wie man sowas einer Schlange antun kann. Genau. Tiere sind halt keine Accessoires und ist das ihr ernst? Und ich finde, guck mal, oder? Ja. Vor allem, wie sie sich so an deine Brust dran macht. Geht viel so. Und damit verabschieden wir uns auch. Genau, das waren unsere Highlights der MTV Music Awards. Bis zum nächsten Mal.